So, da hat sich gerade einfach mal das Spiel beendet. So, klack, und da sind wir wieder und so, wunderschön, die sieht übelst geil aus. Ich bin ja ein ganz großer Freund von einem weißen Haar. Das Schwert passt absolut gerade gar nicht. Die sieht übel edel aus, aber das Schwert, das ist... Ah, ich hätte gern wieder das Goldene, was wir mal hatten, aber das war zu schwach am Endeffekt jetzt so. Man muss ja sagen, dass ich meine neue Tastatur finde, ist mega geil. Also ich habe eine Rocket Isoc, wer sich interessiert dafür, und die liegt so geil in der Hand. Du kannst, du hast vor der Tastatur ist noch so eine Handablagefläche aufgearbeitet. Das ist einfach ein mega geniales Zocken. Du hast keine Schmerzen mehr, weil dein Handgelenk irgendwie falsch liegt. Das ist mega gut gemacht. So, jetzt hat sich irgendwie mein Spiel beendet, weil ich was gucken wollte. Und Energieabsorbationskristalle müssten ja eigentlich hier liegen. Und wir brauchen auch noch Elche und so einen Spaß. Okay, Doppelsprung, die gab es ja auch, gell? Oh, stirb, los. So, jetzt sollen wir mal gucken, was jetzt hier so ist. Ich überlege, ob ich vielleicht einfach immer nur eine Aufnahme pro Woche mache, oder ob ich... Oder ob ich für mehrere Wochen gleichzeitig aufnehme. Dann müsst ihr ihm am besten immer mal euren Tipp geben, wie ihr das haben möchtet. Ja, das hat aber gerade ein bisschen gelackt. Vielleicht sollte ich im Hintergrund doch mal den Links ausmachen. Ihr habt sicher gerade gehört, das ging gerade aus dem Teamspeak Disconnected. Auch das scheint nicht wirklich zu helfen. Moment. Schauen wir mal ganz kurz, was hier noch alles ist. Steam ist noch an, das kann ausgemacht werden. Ansonsten war es das. Ja, okay, da bin ich auf jeden Fall von 15 auf 20 FPS gerade hoch. Das ist schon mal ganz gut. Dann tun wir hier mal noch mal Fischerschnetzeln. Und dann, wie sitzt ihr mit uns dran? Huh, hast du ausgewichen? Das hast du bei dir, du hast eine Wolfspelz. Nimm mal mit, bringt alles Geld. Ein Felsengletterkäfer. Für sie haben wir die ganze Zeit, dass wir wieder zurechtkommen. Alles mitnehmen, das war eine ganze Menge. Und warte mal, es gibt doch, wie ging das mit Drück? Der Fendrachen beschworen. Beschwörens, Drück und Tab. Ja, super. So. Haben wir denn hier noch für Quests? Die Gesetzlosen haben eine ungewöhnliche Vorgeschichte. Keiner weiß, wer ihr Anführer ist und es ist schwer, zu ihrer Kerngruppe zu gelangen. Richtig, ich habe eine vertrauenswürdige Person losgeschickt, um sich als verdeckte Ermittler in ihre Höhle zu schleichen. So habe ich all diese ungewöhnlichen Hinweise herausgefunden. Schade, dass ihre Verteidigung zu undurchlässig ist. Mein verdeckte Ermittler konnte nicht viel herausfinden. Er wird seine Nachricht versiegeln. Sie ist ein Stück Fleisch, sie in ein Stück Fleisch stecken und es als gesetzlosen Hund fressen lassen. Ich habe ein paar Brathähnchen fallen, um sie anzulocken. Wenn die Hunde auftauchen, dann töten wir sie und entfernen das Wachs. Boah, Alter, meine Sprachkunst hier wieder. Wenn die Hunde auftauchen, dann tötet sie und entfernt das Wachs. Versiegelt die Notiz aus einem ihrer Bäuche und bringt sie her. Okay. Das war mein Wecker. Die Gesetzlosen sind vor wenigen Monaten hierher gekommen. Sie haben die reisenden Händler ausgeraubt, um die Versorgung nach Arroban abzuschneiden und ein Diebesversteck aufgebaut und die Garnison von Kabak festzunageln. Unsere Informationen zufolge sind die Gesetzlosen keine gewöhnlichen Banditen, doch unabhängig von ihrem Motiv können wir sie unterdrücken, da sie sich als Banditen gezeigt haben. Ich habe vor, Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen. Keine Erepläne darf aufgehen. Ich brauche eure Stärke, um ihre Kernwärter wieder auszuschalten. Gesetzlosen Gangster und Gesetzlosen Banditen. Seid ihr bereit, mir zu helfen? Natürlich. Ich bräuchte mal echten Sprachkurs, ey. Ich gehe nochmal so schnell. Dann verspreche ich mich noch so häusend. Aber neu schattet ich wirklich gerne. Kiste mit zerbrechlichen Gegenständen. Oh, hier ist ein Käfer. Störb du nicht. So. Und Käferkollagen. Da sehe ich eine Erzart, die nehme ich natürlich gleich mit. Ich bin da so ein kleiner Rohstoffhuche, ich brauche das. Wie ersetzlosen Hund, ist das einer von denen? Kann er sich sagen, ich gucke mal. Wow, stirbt. Oh. So. Unterfahrender Ring, Nebel bedeckt. Käferkollagen. Und du bist du so einer? Nee, bist du nicht. Wo war denn die Erzart? Ich sehe das schon wieder nicht. Das ist schon wieder runtergerutscht, der Scheiß. Sehr schön. Moment. Wir schauen dir mal. Wo sich die Erzart denn befindet. Und krabbeln die mal ab. Nicht genug Platz. Okay. B. Ähm. Ich kann den Papierkorb verschieben. Also ist es weg. Okay. Immer noch nicht genug Platz. Was ist denn das Knochen in dem Papierkorb? Moment. Papierkorb. Knochen. Rein damit. Und eine Wildblume. Rein damit. Na, Knochen hier rein. So. So, jetzt geht's auf order. Hallo. Immer noch nicht genug Platz. Ach so hat man. Ach so war das. Okay, alles klar. Lalalala. Und alles das für ein einziges ist. Ach, komm hier. Ist doch alles nicht mehr schön, ja. So, wie ging ja nicht jetzt, äh, V. Ich hab' ich so'n Feuerkreis hier gemacht. Na gut. Warum nicht? So, schauen wir mal weiter. Steinflügel, Drache. Attacke. Stirb, 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 stirb. Zäh, Kurzfeder. Was? Ihr seid keiner Gilde beigetreten. Was ist das hier jetzt gewesen? Äh, Wolfspelz. Haben wir dann hier so Ausrüstungsgegenstände. Oh, ist das denn? Patrouillien-Großschwert. Altzweit-Nebel bedeckt. Ich nehm' den mal. Kaltnacht-Kopfbedeckung. Äh, Level 20. Mal schauen, wie das aussieht. Zeig dich mal her. Ja, voll toll. So würde ich auch rumrennen wollen. Man sieht, ja, doch. Die Aussichten sind wunderbar. Äh, man sieht auch voll viel mit dem Helm. Es ist, äh, einfach super. Andererseits hat's auch was, ne? Hat's irgendwie was? Muss ich schon zugeben. Stimmt. Aber da ich ein großer Freund von weißen Haaren bin? Nein. Ähm, warte, wir müssen noch B. Dann gehen wir nochmal ganz kurz hier drauf. Äh, geben wir den Helm wieder. Und dann geht's weiter. Das Schwert, äh, ist, äh, ist ein bisschen stärker jetzt, aber macht keinen großen Unterschied zu dem anderen. Ich gucke immer noch eins, dass ein bisschen besser aussieht, einfach. So. Ich hoffe einfach, dass wir Energieprobenkristall haben. Fehlen uns auch noch welche. Wachsversiegeln und Notiz brauchen wir noch. Ähm. Äh, gesetzlosen Gangster, gesetzlosen Bandit waren da drüben. Dann hau ich die mal kurz down, dann habe ich wenigstens ein... Oh, was ist das denn? Nein, nur, was ist das denn? Kein Platz mehr, okay. Es ist kein Platz mehr, was will der? So. Weg damit. Mysteriöses Drachenall. Blau, Drachen, geistige Essenz. Eine Art blaue Senz, die auf einer Drachen-Energieschale gefunden wurde. Sie kann gegen ein intaktes Ei mit normalen, seltenen, eingetauscht... Ach, man kann jetzt Eier züchten, oder was? Haben sie das neu gemacht? Das ist geil. So, ein bisschen nicht on, hier. Und dann machen die, äh, größten... Die größten Spums. Hier, ist ja... Ist ja Wahnsinn. Da muss man ganz kurz gucken. Äh, Fliegfuß. Das Drache brauche ich doch. Wo ist auch da? Ja, komm doch, ja, los, zeig dich. Ich gebe dir auch nicht aufs Maul. Kannst du machen, was du willst? Oh, Alter. Wie du verlierst, dass wir nicht leben. Was war ich? Der hat ein neuerer. Stirb! So, warte mal. F. Brauche ich eigentlich... Obwohl, den könnte ich sogar nehmen. Ähm... Käferkohlagen, was haben wir noch so... Äh... Bleib, behalte ich. So, mal gucken, was wir hier noch finden alles. So... Was? Krumm-Zahn-Ratze brauche ich nicht. Huch, habe ich nicht... Hä, was ist das denn? Ach, das sind die Kristalle. Die sammeln hier die Wasserwesen auf, verstehe. Interessant. Die Wasser... Die werden also davon angezogen, irgendwie oder sowas. Sieht ja geil aus, muss ich schon sagen. 13-Kranisch. Grauwolf. Na, dann gehen wir erstmal zurück. Oh, wo ist man hier noch? Kann ich sammeln. Bin voll. Wo ist der Typ gewesen, da oben, gell? Habe ich dein Zeug nicht gesammelt? Energieabsorbationskristall. Ah, bestimmt, weil ich wieder voll bin. Moment. Da habe ich sie doch. Hallo. Hallo. Habt ihr verloren? Ah, das ist ein Platz im Ulm-Betal, das hat mich jetzt schon aufgeregt. Geh mal, das höre ich schon noch genauer. So, warte mal. Ähm... Ich bin dann wieder da. Ganz kurz verkaufen. So, verkaufen. Äh, verkaufen. 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 Abends auch den Produzenten, Harrymeer, verkaufen. Rekaufen. Verkaufen. Wir sollen ja erstmal genug Platz haben im Moment auch wieder. Zumindest um das Quest abließen zu können. Danke. Bitte gebt mir die Energieabsorbationskristaller. Oh Gott, ich bin so verknüpft. Susanne dachte, ich hätte eine Affäre. Oh Mann, eine bösende Kreatur ist mehr als genug. Seht mich an, ich wurde von ihrem Bruder verbrügelt. Er sagte, ich müsse ihn besiegen, wenn ich Susanne und Arion wiederhaben möchte. Es ist nun bloß ein Missverständnis. Ich habe es bereits klar und deutlich erklärt. Ich weiß, dass er mich nur schlagen möchte, weil ich seine kostbare Schwester geheiratet habe. Mein Freund, ihr findet meine... Ich bin eine Frau! Ehe, in der Situation vielleicht unterhaltsam. Würdet ihr bitte mit Susannes Bruder sprechen und ihn überzeugen, Susanne und Arion gehen zu lassen? Ja, kann nicht machen. So, warte mal. Blöden, ich habe nicht eine Frau bin. So, warte mal. Die Nasenkampfschweine, die von der Goblins herangezogen werden, sind dreckig und aggressiv. Nach dem Stand unserer Kenntnisse kann man schon anstecken. Die Krankheiten kriegen habe ich doch gerade eben schon gemacht. Wieso habe ich die Quest nicht mehr? Gehegeverwalter, hallöchen, die wollte ich sowieso. Zum Drachennest. Ähm. Was ist denn hier? Irgendwas ist hier, ich weiß auch nicht was. Äh. Austausch. Mächtiger Aufprall. Einschüchtern. Drachen Training, Drachen Partner, Drachen Nestler. Drachen Training kann man wieder machen, da haben wir ein bisschen was gefunden. Ich würde gerne die Stärke von dem noch ein bisschen steigern. Ne, Stärke. Na, du? Stärke. 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 zum studium schicken nachdem ein drachen trainieren erreicht hat was beitreten wo er gut behandelt wird und den drachen ein bisschen vorforscht als gegenleistung erhaltet ihr belohnungen die je nach drachen level variieren dabei gibt es ab level 10 eine andere alle 10 die höchste belohnung erhaltet ihr wenn ihr einen drachen weg schickt der level 100 erreicht hat achtung sobald der drache einmal an die akamik geschickt wurde keiner nicht wieder zurückgeholt werden und lebt fort an bord kommt konvertiert gefährten xp des drachen in trainings werde xp 1000 gefährten der wir können so ein trainings level xp gefördert werden abbruch drachen waren drachen ich habe sie noch mal gefüttert wie habe ich denn das ist mein einzigster drache ich bin echt verwirrt ach ne so ach so ging das ok hier sind die drachen und das ist der den ich habe und den hier wollte ich hoch trainieren als zumindest wollte ich den füttern ach so ist ach so ich habe gefüttert genau genau intelligenz drachen macht stärke möchte ich hochpumpen ja machen wir das so genau und attributsgültige punkt endgültig speichern dann hat der ein bisschen was dazu bekommen und kann jetzt mal er kann jetzt mal auf die jagd nach fleisch gehen ich würde mich gerne ein bisschen mehr kochen und da sucht er einfach mal drachen waren ok jetzt haben wir den hier noch und der sucht mal stoffe die bis zum jahr machen obwohl er hat sie so nicht schlecht aber nehmen wir mal stoffe und der sucht mal grob fetzen so super na gut dann wollen wir mal gucken dass wir weitermachen zu sein es heim los ich brenne war das der drache hat der mich gerade eingebrannt oder was war das oder war das das huhn hier der evil chicken ist überall so na wache ja wache wuuu so hier irgendwo musste sein es heim sein den wolfspelz muss noch mal einer sein da ist noch einer so super untersucht die tangora mine bla 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 so eigentlich super super frühe gachendralle frühe gachendralle frühe gachendralle frühe gachendralle der kennt sie nicht konnte man nicht irgendwie so ah so war das war so was so ist voll ja wumte da brauche ich eh nicht drachenzahnfragmente halten schwarz gold anstrengend schwarz gold anstrengend magische abwehr magische abwehr warte mal achso die allgemein mehr magische abwehr magische schadenschance kritischen treffer physische abwehr nö brauchen wir nicht kann man kann man lassen machen wie viel geld gibt die moment nichts besonderes wachsversiegeln notiz wird uns auch noch wir müssen auch noch zweimal darüber gachendralle warum sag ich gachendralle die ganze zeit kann das nicht sagen kann das nicht sagen so und einmal brauchen wir noch er ist hier im moment das war's immer noch einmal sehr schön so würde ich immer noch ganz kurz noch zu sehr auf die nerven geht final strike schaffe glaube ich kann den hier einpacken ähm ich gehe mal auf die map ja super muss hier sein wo haben wir sind ja ich bin vorbei gelaufen schon und es ist hier unten eigentlich da ist es doch Susannes Haus